Wer hier mitgeholfen hat, wer hier mitgewirkt hat. Hier stehen halt drei Schilder. Da steht wie das Schiff heißt, von welcher Firma sie ist. Und das ist einer der drei Schwesterschiffe. Das ist mein Gamer-Track bei TEN und Völker. Ja, wollen wir mal anfangen mit den Helpers. Fangen wir bei Deutschland an. Hier haben wir 1,3,4,6,7,1,2,014 Helfer, ungefähr ein wenig mehr Helfer, aber ich habe da jetzt nicht alle aufgeschrieben. Hier ist eine YouTube-Tafel. Hier werden alle Streamer vorgestellt. Alle, die hier jetzt mitgewirkt haben mit dem Video, wie Mr. Spock zum Beispiel. Hier werden wir halt eben geärd. Ja, ähm, Österreich haben wir bei Bauer, äh, No-Brothers und ich. Die meisten Leute kommen halt immer aus Deutschland an. Hier haben wir nochmal, ähm, da steht halt die, äh, Hier steht, ähm, wie lang das Schiff ist, wie breit, wie viele Blöcke, wie hoch, wer hier die, ähm, gebaut hat. Zwei Hauptbauer. Dener Strike ist mich und was aus Ankers. Am 12. Mai 2016 haben wir begonnen hier zu bauen. Mit dem Bug haben wir angefangen. Ja, und heute sind wir, heute sind wir soweit. Ja. Ähm, heute haben wir ja den 20. November, ähm, morgen ist der 100. Jahrestag der HMHS Britannic und den möchte ich dann morgen vorstellen. Also, wer Interesse hat, ähm, der kann sich gerne hier auch melden oder bei Mr. Spock, ihr könnt euch bei Mr. Spock auch melden. Ähm, ja, dann möchte ich mein Schiff morgen eben präsentieren. Wie ihr seht, äh, also wie ihr seht, ähm, ist das Schiff sehr groß geworden. Äh, ja. Hier werden wir morgen, ähm, hineingehen. Das wird alles in Überleben gestellt. Der Tageszyklus wird angestellt. Hier haben wir überall, ähm, auch Geschwindigkeitstränke. Die werden wir dann auch morgen benutzen, damit wir nicht ewig herumlaufen müssen. Ähm, hier gibt es auch ein paar Absperrungen, damit das Spiel letztlich irgendwo hineingehen, wo es grad halt nicht, äh, wo halt eben alles gebaut wird, noch im Bau ist. Hier zum Beispiel, ähm, kannst du ausprobieren hier. Ist ein Geschwindigkeitstrank. Und das nehmen wir halt mit zum Schiff. Und, ja, können wir einmal schon starten. So, wir befinden uns jetzt gerade im vierten Deck. Hier links sieht man gleich auch, dass, ähm, Esszimmer, ähm, ein kleiner Restaurant eben für die, ähm, für die Mitarbeiter und für die Mitreisenden, wenn ja alle essen kommen. Und, ähm, ja, zwei Toiletten haben wir hier. Die sind eben halt klein, aber fun. So. Hier zur Deko habe ich nochmal Britannic hingeschrieben. Mit, ähm, Bilderrahmen und mit Banner. Wow. Jetzt befinden wir sich, äh, im Barbereich des Schiffes. Wo sich die Leute, ähm, am Abend gerne so hinsetzen können hier. Bisschen chillen, wie man das jetzt so sagt. Ja, den Abend versüßen. Ja, den Abend versüßen. Also jeder Deck hier ist beschrieben. Das ist jetzt schon der, äh, der Deck dran. Hier ist, äh, es abgesperrt, weil da hinten noch nichts, äh, fertig ist. Ähm, ja, ein langer Gang. Hier wird auf jeden Fall noch einiges getan. Da kommen noch ein paar Räume hin, äh, ein paar Türen. Ein paar Fenster noch. Ja. Ja. Ähm, damit wir jetzt nicht nur eine ganze Zeit herumgehen, wir können auch herumfliegen. Ähm, wir sind ja vorne am Bug des Schiffes. Wir sind, okay, wir gehen gleich mal hier vorne. Hier sind zwei Kräne. Und, ähm, ein, ähm, Laderaum unten. Das sind halt, äh, Ladeklappen. Die werden aufgemacht und da wird alles beladen unten. So. Das ist ein fetter, riesengroßer Mast. Oben auf dem Mast ist ein kleiner Nest. Und, ja. Man kann ja an Leuten, falls jetzt ein Eisberg im Sicht ist, wie im Falle der Titanic. Hier kann man auch durchgehen. Also, im Überleben kann man auf jeden Fall hinaufkommen. Ja. So. Hier unten, ähm, ist auch ein kleiner Rahmen. Also, jetzt, äh, es ist nicht so klein jetzt, aber, ist eben ein leerer Rahmen. Da kommt auch noch ein paar Sachen hin, wie, zum Beispiel, ja, Anker haben wir hier vorne. Vielleicht ein paar Ersatzteile hier. Ja, mal gucken, was da hinkommt. So. Äh, ja. Da ist auch die Nummer des Schiffes. Ähm, G618. Stand auch auf der echten Britannik, ganz vorne. Oben haben wir ein Steuerrad. Also, oben konnte man auch hinten fahren. Das wissen auch die wenigsten, glaube ich mal. Ich hab's zum Beispiel nicht gewusst. Im Sommer meistens, wurde mir gesagt, wird das verwendet. Dann hier unten, haben wir die Brücke. Ja, jede Menge Steuerräder hier. Hier kommt Knöpfe und Hebeln. Da steht's nochmal auf Englisch, Shipbridge. Für die Leute, die kein Deutsch können, kommen auch sehr viele Leute, die im Ausland leben. Ähm, so, hier wird's interessant. So, das ist ja mal ein Wappen von Starland, White Starland, das Logo. Hier haben wir nochmal den Banner von Britannik, das Kreuz. Äh, hier haben wir ein Alarmsystem. Ähm, ähm, unten haben wir, also unten im Maschinenraum, ähm, gibt es, ähm, Türen. Es gibt so verschiedene Bereiche, äh, wo Kesselräume sind und wo Kohle gelagert wird, wo das Schiff betrieben wird. Und wenn der Wasser eintrinkt, ähm, betätigt man einfach diesen Hebel und alle Türen gehen unten zu. Ähm, die Alarm, die Alarmleuchte, ähm, blinkt dann. Man hört auch einen Alarmton von den, ähm, Türenblöcken. Und ja, das können wir uns dann noch ansehen, wenn wir, wenn Mr. Spock nichts dagegen hätte. Ne, ist egal, wie lange ein Blumen dauert. Ja, dann zeig ich dir mal, ähm, wo du dich dann hinstellst, damit du siehst, wie das dann zugeht. Aber davor zeig ich euch noch da ein paar Zimmern von Co-Captain, also von Offizieren. Hier ist der Käpt'n zu Hause, also ich. Karte ist zwar jetzt nicht ganz aufgedeckt, aber reicht fürs Erste. Ein paar Kisten haben wir hier. Das sind, ähm, Uhren, Karten, vielleicht mach ich noch Kompass rein. Feuerzeug. Hier ist das ganze Alarmsystem verbunden, mit dem Maschinenrohr. Ja, jetzt sind wir, ähm, in dem ersten Schornstein drin. Das ist alles so mit dem Maschinenrohr ganz unten. Das ist halt auf jeden Fall eine Menge Technik auch. So. So. Hier haben wir so ein, ähm, so ein Crew-Rahmen, wo sich die Crew ausruhen kann, reden kann, essen, Crew-Küche. Also zum Ausruhen. Mülltonnen haben wir hier. So. Das hier ist auch ganz interessant, das ist die Kuppel, das kennen auch die meisten, ähm, von der Titanic. Die hat aber eine Schutzhülle drüber, ähm, da das Glas damals sehr zerbrechlich war. Äh, ja, ähm, da haben wir noch ein paar Crew-Schlafräume. Auf der anderen Seite genauso. Ja. Ups. Macht nichts. Jetzt mach ich gleich wieder dran. So. Hier auf der anderen Seite, ja, genau das gleiche. So, hier unten ist schon das zweite Deck. Hier haben wir auch ein paar, ja, ein paar Bänke, wo man sich da auch hinsetzen kann. Ein bisschen ausruhen. Hier, ähm, wird, ähm, ja, auch ein Aufenthaltsraum geplant, wo sich die Leute hinsetzen können hier. Ja. Wo wollen wir weitergucken, da, am besten. Hm, egal. Hier habe ich schon die ersten Zimmern, bitte? Egal, wohin. Ja, okay, egal. Also hier habe ich schon die ersten Zimmern. Voll. Aber, da sind halt schon ein paar Zimmern. Die sind alle nummeriert. L heißt für links, R heißt für rechts. Das ist jetzt link, die linke Seite des Schiffes. Ah, das ist die rechte Seite des Schiffes, wenn man jetzt in die Richtung guckt. Da vorne, da haben wir noch eine Toilette. Eine kleine. So, ähm, da sind wir schon am Ende des Schiffes. Hier stehen auch noch ein paar Nummern, also wie viele Zimmern es hier gibt. Es gibt hier 30 insgesamt auf jeder Seite, also, ja, insgesamt 60 Zimmern links und rechts zusammengezählt. Hier kann man auch hinunter zum Deck 3. Hier wird noch alles gemacht. Es wurde heute alles fertig gezogen, die ganzen Decks. Ist noch alles frisch. Hier habe ich vergessen, ein paar Druckplatten anzumachen. So. Ähm, ein paar Kräne haben wir hier auch zum Beladen des Schiffes. Hier wird da gerade eins verwendet. Da unten haben wir auch ein Auto, einen Lieferwagen. Ja. Dieser Teil des Schiffes hier hinten wurde auch jetzt kürzlich vor ein paar Tagen gemacht. Komplett. Da ist die Flagge. Ähm, ja. Hier werden halt alle Räume noch befüllt. Alles wird hier noch reingemacht, alle Möbeln und alles, was dazu gehört. Ist wie gesagt noch frisch gemacht worden hier. Dann wollen wir ja mal hinunter zum Maschinenraum, oder? Ja, oben noch zeige ich da noch was. Das sind ein paar Rettungsboote. Sind zwar klein jetzt, aber, ja, fürs Erste reicht das mal. Ähm, ja. Die vier Schornsteine. Das vierte ist eine Attrappe. Also, da ist auch nichts verbunden mit dem Maschinenraum. Hier ist eine Schutzhülle. Über den Glaskuppel. Was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, ja. Da befinden sich auch überall Leiter auf der Seite, damit man auch hinaufkommt. Auch zum, zur Spitze ganz hinaufkommt man da mit dem Leiter. Ja. Na gut, dann gehen wir mal zum Maschinenraum. Hier ist alles abgesperrt für die Besucher, damit die rauskommen. Ähm, ja. Fangen wir mal hier an, am besten. Hm? Dann geht man jetzt zum Maschinenraum. Ja. Hier sind, ähm, Kolben. Die kann man an und aus machen, die Maschinenraum hinten. Und auch Lichter. Die kann man auch an und aus machen. Wie man sieht, ähm, funktioniert der Motor hier einwandfrei. Alles läuft hier korrekt. Ja, das Schiff wird so halt betrieben. Hier kommt man schon zu den ersten Kesseldräumen hier. Da sind auch überall Kohle gelagert auf der Seite. Ähm, ja, dann zeige ich auch gleich den Alarmsystem, sobald wir da jetzt alles durch haben. Hier kann man, ähm, das Feuer anzünden, im Kesselraum. Und hier wieder ausmachen. Das ist jetzt, ähm, in jedem Kessel jetzt geplant, dass wir das so machen. A2 sind schon fertig, aber die restlichen werden noch gemacht. Ah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, F, 12. Da sind jetzt 20 Kessel haben wir da im Schiff. Gut. Ähm, hier haben wir die Kohlelager. Hier wird das ganze Kohle gelagert. Wow. Lager, äh, Lagerraum. Hier werden Kisten gelagert. Wir haben da zwei Pferde. Ein Auto haben wir hier. Aus Liverpool, mit Nummernschild. So, ja, das ist der Lagerraum. Vielleicht kommt da noch was rein, das sieht für mich persönlich noch sehr wenig aus. Aber mal gucken, was mir da noch einfällt. Und so mit den Sicherheits-Türen? Hier wird auch noch alles beschriftet. Ja? So mit den Sicherheits-Türen, Dinkel? Genau, ähm, am besten du stellst dich jetzt gleich hier hin. Ähm, oben haben wir hier, ähm, ein paar Lämpchen. An diesem Ausgrad. Und hier haben wir Notenblöcke. Die werden dann gleich alle angehen. Diese Türen werden sich schließen. So. Ich mach das jetzt mal ganz kurz an. Wird halt ein bisschen dauern, bis ich da jetzt hinkomme. Zum, zu der Brücke. Jetzt bin ich schon in der Bar. So, jetzt bin ich endlich bei der Brücke. Jetzt mach ich sie an. Wow. So. Ja. Da schließen... Alle Türen haben sich jetzt geschlossen. Außer da, wo jetzt die Treppen sind, ähm, da ist es halt eben nicht zu. Da kann man noch hinausgehen. Sonst, in jedem Raum kann man sonst nicht mehr hinaus, aus dem, aus dem Räumen, wo die Kesseln sind. Wow. Ja. So. Ja, hier haben wir noch Lichtschalter. Die hab ich vergessen zu zeigen. Kann man an und aus machen hier. Wunderschönes Schiff. Da kann man auch hinaufgehen. Kann man auch Licht an und aus machen hier, überall. Hier sind auch noch Türen, die sich automatisch schließen. Ja, ähm, hier haben wir Kesselrohre. Die sind, ähm, normalerweise sehr heiß. Und, ja. Da haben wir ne Kontrollraumanlage. Da wird alles, ähm, das ist halt alles mit Redstone hier verbunden. Alle Lichter und alles. Was halt eben, alle Türen, alle Sicherheitstüren sind alle verbunden hier mit Redstone. Wow. Also hier waren wir vorhin, da sind wir hinuntergegangen zum Maschinenrahmen. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt da wieder zurück. So. Ähm. Da. Hier kommen schon die Krankenstationen. Das ist der Warteraum. Hier haben wir Ordination 2 und Ordination 1. Hier werden Prozente behandelt. Hier genauso. Und hier haben wir Krankenbetten. Überall, auf jeder Seite. Bis dann ganz weit hinten. Hier haben wir ungefähr, wieviel Zimmern? 28. Lagerräume, Medaillen, Tränken, die es gibt in Minecraft. Besprechungsrahmen der Ärzte. Wow. Ja. Gehen wir mal ganz nach hinten. Und hier sind auch schon die Treppen wieder. Das ist Deck 8, wo wir gerade sind. Dann kommt Deck 7. Hier ist noch nichts fertig. Deck 6. Ist auch noch nicht fertig. Deck 5. Genauso. Und da ist Deck 4. Jetzt sind wir wieder im Barbereich. Oh. Wunderschön. Ich sag dann vielen Dank. Ja, gerne. Ich bedanke mich auch. Für die Möglichkeit. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und noch viel Spaß mit dem Zocken. Euer Spocki Neta. Und noch viel Spaß mit dem Zocken.